So Leute, eine kurze Info, ich habe vorhin einen Mann getroffen und ich habe gefallen, dass der Alter aufzugeben sollte. Und da hat er gesagt, dass soll ich gerne, dass der Alter aufzugeben, es ist noch viel zu spät. Die Leute schlafen eigentlich, aber ich dachte eigentlich nicht, warum um 1.30 Uhr aufzufilmen, aber eigentlich schon zu spät. Deswegen mag ich am besten morgen oder Montag nach der Schule. Ich bin mal sehr gespannt, ob da ein sehr alter aufzugeben wird. Da habe ich schon eingegangen, aber niemand ist reingegangen. Dann komme ich morgen nochmal vorbei, wenn es auch nicht klappt, am Montag. Da habe ich drei Termine und ich gehe jetzt mal weiter und schaue, vielleicht bin ich an 1.30 Uhr da. Seid überrascht, ich sage morgen, wenn ich reingehe, wenn ich rein kann, sage ich morgen Bescheid oder übermorgen. Also, also bis morgen und seid gespannt. Tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao.